Oh nein! Bleib auf dem Fleecepoint und am Leben. Ja, das ist wirklich... Auch noch beides, gleichzeitig. Manche Spieler stellen sich tot. Hä? Nur Ryan kann das. Bitte! Stellt sich einfach in die Ecke und tut nichts. Geh weg! Ich hab das nicht ernst gemeint! Geh weg! Aua! Hier, guck mal eine Banane für dich. Willst du haben? Bananenschale? Nee. Ich treff dich einfach nicht. Jetzt aber. Und... Nein, 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 nein! Huch! Mein KI! Oh Gott, Hilfe! Ah, Hilfe! Ich geh mal ein bisschen weiter nach oben. Wie rollt man? Äh, mit Kreis. Äh, ich hab keine Controller. Ja, ich hab auch einen Controller. Kreis! Hä, welcher Kreis? Ich hab einen Xbox-Controller. Ja, du weißt doch, wie ein Playstation-Controller aufgebaut ist, oder nicht? Mit B. Hä, mit B? Aber passiert nichts bei mir mit B. Du musst rennen nach dir. Du musst rennen. Ja, und wie rennt man? Mit L... Wie heißt das? Ach, die Schulter-Taste? Ja. Die Schulter-Taste. Ach so, okay. Oh Gott, ich... Ich muss die Steuerung erst checken! Ich bin auch tot. Ah, okay. Aber mein KI lebt noch! KI, du wirst es schaffen! KI! 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 Federmausi! Ey, der springt selbst in den Tod! Du bist ein Lappen! Der ist absolut nicht in den Tod gesprungen! Nur um mir den... Wieder gewinnt KI hier, ne? Ja, irgendwie... Ach so, ist rennen. Okay, jetzt weiß ich's. Ich hab die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit gespielt, ohne zu wissen, wie man rennt. Wah! Verdient. Ich hab mein KI geschlagen. Ja gut, aber der kann eh nix. Lass mich los! Komm her! Du! Wieso hast du mich? Komm her! Du mal, das ist ein Auto. Willst du's nehmen? Nee. Komm her! Ich brate dir einen über! Wundervoll! Wundervoll! Hihi! Ich bleib einfach hier hinten! Ich hab eine Bratpfanne! Äh, guck! Aua! Geh weg! Geh weg! Hihi! Hihi! Aua! Scheiße! Nein, tu's nicht! Nein, tu's nicht! Nein, tu's nicht! Nein, 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 nein! Wiehe! Hihi! Ich komm hier nicht hoch! Ich komm hier nicht hoch! Wieso kommt man denn da nicht mehr hoch? Ah, jetzt! Da kommt man hoch! Ja! Ich hab's überlebt! Erstmal den Tiger nehmen! Ja! Ich muss mich doch irgendwo festhalten! Ich hab's überlebt! Ich komm hier weg! Nein, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich, lass mich! Nein, 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 nein! Ich will nicht! Nein, 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 nein! Au! Geh weg! 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 Ich will dir eine Bombe nehmen, aber ich hab' irgendwo das Gefühl, dass ich mich selber damit auswanderieren würde, wenn ich die jetzt nehmen! Hä? Seid ihr schon alle tot? Aua! Nee! Wieso kommt denn hier jetzt grad ein Timer? Aua! Hilfe! 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 Aua! Nein, tu's nicht! Ey, du bist zu gut in dem Spiel! Das ist doch voll unfair! Nee, nee! Unfair, oder? Bitte! Voll unfair! Ah, nein! Das Rollen muss ich auch mal machen! Das mach' ich nie! Ich verbraucht den Ausdauer, ne? Was ist denn Ausdauer? Okay, alles klar! Lass mich mal durch! Warte! Weg mit dir! Du bist gemein! Haha! Ich hab' euch die Bombe gegeben! Haha! Ich hab' euch die Bombe gegeben! Du bringst mich die ganze Zeit oben! Haha! Bombe! Haha! Nochmal Bombe! Haha! Hi! Hallo! Oh, ups! Oh! Oh, den Hammer! Ich will den haben! Der ist der Hammer, weißt du! Au! Der war weit! Ich wollte doch nur den Hammer! Jetzt hat der Ander den! Ich lieg' unter dem Auto! So! Ich komm' hier nicht raus! Haha! Haha! So, hier! Bombe! Nein! So! Bitteschön! Bombe! Achtung! Bombe! Komm! 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 Oh mein Gott! Was ist denn heute? Au! So! Wie! Ah, hier so! Rollen! Alles klar! Hui! Hier, Ryan, nimm mal! Hilfe! tschüss bist du tot ja ja supi ich habe lange über der einzige das überlebt eigentlich immer nur nur damit nämlich nichts tun es ist irgendwie nichts tun deutlich besser hier in dem spiel als was zu tun habe ich das gefühl nein nicht du mit das ding haben er geht doch weg jetzt lass mich doch das ding nehmen hör auf jetzt ja das hast du verdient ich komme nicht mehr hoch wieso kommt man denn nicht mehr hoch rollen okay alles klar ja geht einfacher tatsächlich anlauf nehmen dann weg wollen ich kann das nicht ich bin in den anderen abgrund geräumt nein ich kann das nicht geschafft nein nein rein lassen wir in ruhe hier wird mit banane selber ausgerutscht ich benutze alle bomben hier so bitteschön ich bin banane ausgerutscht nein auch den griff ja nein nein immer noch nicht blöde ding hier ist alles zu schnell da kommt man auch gar nicht voran das ist viel zu schnell das spiel ich bin cozy games ja 300 jahre später so viel später dass es dem alten erzähler zu doof wurde und man einen neuen eingestellt hat ich werde überleben ich werde das leben jetzt hat jeder ein punkt danke dass du da warst so direkt sterben am anfang gespawnt ist schon wieder auf auf die ruf zum mit krabbeln auf auf mir rund zu krabbeln aber vielleicht mag ich das ja auch nicht Nein, komm jetzt. Au. Ich komm hier nicht weg. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Ich kann das nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ich weh nicht. Die Fälle einfach nicht. Lass mich jetzt mal in Ruhe. Ich muss jetzt ein bisschen durchschnaufen hier. Jetzt nicht mehr. Au. Ich bin reingeflogen. Ich bin in das Ding geflogen. Das gibt es nicht. Was machst du für scheiße? Ich habe kurz gesehen, was da drin ist. Das war nicht schön. Ja, was denn? Das war nicht schön. Ui, da war der Kohl. Geh weg. Geh ich halt. Ups. Aua. Ich treff dich nie. Also auch jetzt endlich. So, tschüss. Ich halte. Yeah, wuhu. Nächster Punkt. Die Laufbänder, ne? Dieses Laufband ist so anstrengend einfach. Es ist wirklich mega anstrengend. Das ist das Schlimmste bisher gewesen. Ich habe die nicht aktiviert. Komm her. Komm her. Nein, gib dir. Ach Mensch. Mein KI. Ist da reingelaufen. Ich habe doch jetzt das Ding hier. Au. Genauer gesagt habe ich ihn dir in die Hand geworfen. Au. Ey, Alter. KI kann doch rauswerfen. Hast du die gerade hochgestellt? Ich habe die vorhin schon hochgestellt. Ach so. Deswegen hat er auch KI-Fohnen gewonnen, ne? Mann, wie? Ach, ich kriege das nicht hin. Ich versuche da hochzukommen, aber es geht nicht. Ah, jetzt. So, ich brauche nur ein IT. Gebt mir ein IT. Alter, ich bin die Bratpfanne. Lass mich. Ich will was kochen. Der Mann, Alter. Alter. Ich komme hier nicht hoch. Sag mal. Das geht's nicht. Mann, ich komme da nicht hoch. Ich tschüss. Boah, ist das anstrengend. Dieser, dieser, dieser Ding, dieses Laufband ist so mega anstrengend. So, ich werfe jetzt eine Bombe und dann seid ihr down. Sag hier. Bitteschön. Na, ey, pff. Jetzt prallt die ab vor dem Auto. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh, Mama. Ich bin nicht mehr. Das ist wirklich anstrengend, ne? Ich finde es ein bisschen frech, damit die K.I. dann auch lebt. Unbelievable. Ich will nochmal eine Bombe werfen. Oh, Mama. Diesmal werfe ich sie richtig, sodass sie irgendjemanden erwischt. Oh ja, komm, mach mal. Genau. Erwisch jemanden. Ryan, Achtung! Nein! Und die nächste Bombe kommt auf euch und sie wird jemanden erwischt. Oh mein Gott, nein, du lebst Mama. Doch, ja, ich habe zwei gekickt. Ich habe Ryan geholfen. Ja! Danke! Scheiße. Oh mein Gott, ey. Das so legen wir am Limit grad. Ja, und das... So bedankst du dich bei mir? So bedankst du dich bei mir? Ja. Geht's noch? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, wie das mit dem Hochlaufen da immer funktioniert. Geh mal zur anderen Seite und dann sprint rüber und roll. Warte. Aua. Ne, das geht nicht. Ich kriege es nicht hin. Ah, ganz knapp, aber ganz knapp nur. So, jetzt gibt mir endlich mal ein scheiß Item hier. Komm ja jetzt. Ja, sehr gut. Yeah! Woo! Ich elektrisiere euch alle. Komm her! Die! Ich mache euch alle elektrifiziert, sieht's. Oder was? Hier, Blubnana, guck mal hier. Ah, lass mich. Lass mich, geh weg. Ich will aber nicht. Komm her. Alter! Ja, super. Nein! Mach dir gut. Ich schmeiß dich aber nie raus. Guck mal, hast du gemerkt? Ich verprügel dich nur und lass dich dann da liegen. Ja. So riechst du mit deinem Kopf rum. Merk's dir mal. Merk's dir mal. Hauptsache. So, jetzt schmeiß ich mal raus. Nein! Ah, nein, doch nicht! Ah! Nein! Geh weg! Geh weg! Aua! Voll in die Fresse! Nein, das kann ich nicht! Aber jetzt! Ey! Wie schaffst du das immer mit einem Schlag? Ich verstehe es nicht! Ich weiß es nicht, das Glück tatsächlich. Schnell weg hier! Hö, Hilfe! Blub Nana! Ich will den Tennis-Schläger. Nein, den Tennis-Schläger! Oder halt nicht! Im Chat steht doch, versuch zu sprinten, dann hüpfen und rollen. Ah, Sir Hawkman. Dankeschön für den Hinweis. Ja, es ist mir manchmal leichter gesagt als getan, glaube ich. Also in der Theorie sagt sich sowas immer leicht, aber... Ja, ich finde das aber auch sehr tricky, da jedes Mal hochzukommen. Ich schaff's auch nicht immer. Blub Nana, willst du mal rausfliegen? Oh, guck mal hier! Ich hab jetzt... Ich habe Superkräfte! Ich habe Superkräfte! Wuh! Nein, 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 hab ich nicht! Ich habe keine Superkräfte! Ah! Oh, Gott! Scheiße! Oh, wir haben schon wieder alle zwei Punkte. Oh, Mann, ey! Nehmt die Bombe und werdet glücklich damit! Ey! Warum braucht sie dann zu dir? Ja, Anfang ist immer der Schlimmste, weil... Weil die hier so viele auf den Haufen hocken, ne? Deswegen gehe ich da immer weg. Boah, Alter, Hauptsache jemanden verprügeln. Auch wenn es Mitspieler ist. Äh, ups, Team-Member meine ich. Hör mal auf, immer auf mich zu gehen! Das ist unglaublich! Aber ich möchte das! Ryan hat's voll auf mich abgesehen! Aua, Aua, Aua! Ich stecke fest! Lassen Sie mich! Ich stecke dem Auto fest! Das kann ich! Ah, sehr gut! Ups! Ah! Ey, lass mich! Okay! Boah, das ist anstrengend. Am besten nicht gegen den Lauf, sondern mit dem Lauf. So geht's noch einfacher. Ich probiere es gleich mal, okay? Wenn ich mal wieder rausfliege. Ich hoffe, dass wird das nicht passiert. Ich will die Bobbe nicht einfach mitnehmen. Ich wollte sie schon ganz hinten spielen. So. Ryan kommt eh gleich wieder auf mich zu. Na klar. Ey. Ja. Ich sag's nur. Ey. Ich sag's nur. Okay. Ey. 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 Warte, 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 warte. Hier. Komm mir jetzt. Mann, wieso geht das denn? Ah, jetzt. Ah, die Bombe hat nicht geklappt. Scheiße. Ich dachte, du fällst drauf rein. Ich dachte, du fällst drauf rein. Ha! 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 Hier, nimm sie! Nimm sie! Bitte, nimm sie! Nein! Nein! Ich hab keine Ausdauer. Nein! Und... Ich bin rausgeflogen. Nein! Ryan, bleib hier stehen! Bleib stehen, Ryan! Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! War das anstrengend! Das war das schwierigste, das anstrengendste von allen bisher! Wie das aussieht, ey! Oh Gott! Wie das aussieht, ey! Ah... Hey! Wah jemand! Aha! Ich bin Arbeit... Ah! 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 Ich bin derキte. Ich bin sehr Sadly. Ah! Ah! Hab ich über die fiberinale한 Gewin. Ah! Ah! Undе reliable气. Undốc sechs zu desse inсли? Bis zum nächsten Mal.